So Leute, der Wagen ist vollgepackt, mit Bettzeug, alles was man so braucht. Ja, hier hinten kann man kaum noch rausgucken, aber ist so. Dörli geht so alleine, weil sie mit will. Dörli! Letzte Zigarette. Und dann geht's los. Sieben Tage Wildnis, genau. Sie hat sieben Tage, Five Virges Wild. Dörli bleibt hier. Dörli will hierbleiben. Okay, dann bleibt hier. Ne, die hat schon alleine gezoppelt. Ich leine euch jetzt gleich an, ne? Ich glaube, das Auto hat aber auch noch eine gewisse Potenzial. Naja, ein bisschen schmutzig, aber ansonsten geht's. Okay. Okay. Okay.